So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, hier ist das Donnerstags-Update. Ich bin gesundheitlich ziemlich zerbröselt, muss ich ehrlich gestehen, aber das Video werde ich für euch noch machen und mich auch die nächsten Tage noch weiter erholen. So, sieht ja eigentlich ganz nett aus, hier mal so ein bisschen an Halloween angelehnt, endlich mal ein bisschen was Zeitgemäßes, innovativ möchte ich gar nicht sagen, aber zeitgemäß durchaus, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich glaube hier steht jetzt über dieses Event nicht wirklich etwas drin, also schauen wir uns das in Game an, sieht aber erstmal ganz nett aus, muss ich ganz ehrlich an der Stelle auch mal sagen, Halloween-Kampagne, Matti Stell, Halloween-Kampagne, Day of the Dead mal 1, okay, 20.000 GP, 2.700 E-Football-Punkte, ach das sind die Phasenbelohnungen, okay, Fähigkeitsprogramm mal 4, lol. Man kann hier wahrscheinlich Trikots kaufen, das schauen wir uns mal an. Finde ich auf jeden Fall nice, muss ich euch mal so sagen, wie es ist. Was kostet denn der Spaß, 500? Klar, gönnen wir uns ein Halloween-Trikot. Finde die Idee ganz gut, finde die Idee wirklich gut, muss ich an der Stelle sagen. Über die 500 Punkte hier kann man sicherlich streiten, beziehungsweise E-Football-Points, aber ich sag mal, am Ende des Tages finde ich die Idee wirklich gut. Ich hole mir beide. Endlich mal ein bisschen was zeitgemäßes. Wir meckern ja immer, dass sie so innovationslos sind oder ideenlos. Und ich denke dann, wer A sagt, muss auch B sagen. Und ich finde die Idee gut, mir gefallen sie, finde die echt ganz nett. Aber wir gehen jetzt mal in die Wettbewerbe rein. Ne, das ist echt cool, das ist echt cool. Verpflichten sie Top-Talente. Na okay, das sind noch die Team-Packages, die offen sind. Ich habe mir ja in Gänsefüßchen nur Bayern geholt. Gut, wir gehen gleich noch in die Listen rein, Freunde, aber wir gehen natürlich auch zuerst in die Wettbewerbe rein. Aber hier kann man das nochmal ganz gut auf den Bildschirm sehen. Ihr seht es jetzt hier, also wie gesagt, zwei Trikots und dann tatsächlich drei Special-Login-Präsent-Karten. Dreimal FC Bayern-Highlight-Karts mit Halloween-Dekor. Leimer, Delirt und Tell, finde ich cool. Login-Bonus insgesamt, wenn ich es jetzt hier richtig sehe, 200 Münzen, wenn ihr das hier in den nächsten zwei Wochen alles abgreift mit täglichen Login. Dann habt ihr noch Challenge-Event, Tour-Event, also ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick 250 Münzen, die man sich so noch on top holen kann. Wir holen uns erstmal unsere ganzen Boni hier. Zack, Matisse Tell. Oh, interessant. müsste man dann auch mal sehen, ob er von der Karte her, vielleicht sogar meinem besten Matisse Tell aktuell Furore bieten kann. So, okay, wir gehen in die Wettbewerbe. Day of the Dead. Okay. Das ist mit der mexikanischen Liga, wie ihr seht, die Bonusspiele, also von der mexikanischen ersten Liga. Bei 500 Punkten kriegt ihr hier schon Day of the Dead, Deal mal 1. Okay. Das ist eigentlich schon das Interessanteste, ne? Also klar, wer hier Gaming-Points braucht, kann sie sich holen. Aber die 500 Punkte noch dazu als KI-Event sollten eigentlich relativ einfach zu holen sein. Dann haben wir hier European Clubs, natürlich dann entsprechend mit den Bonusspielern der ganzen hier aufgelisteten Clubs. Brauche ich euch nicht erzählen. Fähigkeit-Programm mal 1 bei 3000 Punkten ist das höchste. Tour-Event also gegen die KI. Dann gibt es noch ein Penalty-Shootout. Spezielles Event läuft. Dies ist ein Event ausschließlich mit Elfmeterschießen. Spielen Sie Benutzerspiele und schließen Sie Herausforderungen ab, um Fähigkeitstrainingsprogramme, Stufentrainingsprogramme und mehr zu verdienen. Okay, auch interessant. Interessant. Ich glaube, das kann man dann schon mal so mitnehmen. Fähigkeitentickets seht ihr hier. Mal 1. Dann Trainingspunkte zum Leveln. Ich glaube, die kann man immer gebrauchen. So geht es mir zumindest. Ja, Mensch Leute, ist doch eigentlich ganz nett. Muss man ja dann auch mal sagen. So, japanische Clubs J-League. Hier könnt ihr euch mit japanischen Spielern natürlich wieder einen Spielerbonus verschaffen. Hier kriegt ihr ein Spielerticket für einen speziellen Spieler. Unten Worldwide Oktober 26. Also, heutigen Zufallsdeal. Das wird sicherlich von der aktuellen Play of the Weeklist sein. Dann haben wir Japanese Clubs mit dem PvP-Event. Und natürlich wieder die Spieler der japanischen Liga hier. Für Bonus 50 E-Footballmünzen und drei Fähigkeitentickets. Das finde ich eigentlich immer ganz lukrativ. Und ja, das sieht doch schon mal echt gut aus. Muss man auch mal sagen. So, dann gehen wir doch mal in die besonderen Spielerlisten. Hier gibt es ein Day of the Dead Mix von der mexikanischen Liga. Ja klar, da nehmen wir natürlich einen Gratisspieler mit. Ist auch klar. Ziehe ich hier mal live. Ein Neuner, also ein Mittelstürmer. Petro Raul. Okay. Boah. Nehmen wir mit. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Aber vielleicht habe ich auch einen Squad dabei. Dann haben wir hier eine neue Liste. J-League. Monatliche MVPs. Vier Sonderkarten in einem 100er-Spieler-Pool. Okay. Gucken wir auch mal kurz drüber. Mio, Suzuki, Tagushi und Kono. Ja, wer es mag. Ist natürlich dann aufgefüllt mit Spielern der japanischen J-League. Bis 67 runter. Karten selber sehen natürlich gut aus. Als Booster-Highlight-Karts dann auch noch. Also kann man nicht meckern. So, jetzt aber das, was viele sehen wollen. Die Player of the Weeks Worldwide. Wer hat es denn hier reingeschafft? Oh, der gute Leon. Goretzka unter anderem. Schaue ich mir gleich an. Also Salah, Canelo, Glu, Douglas, Luis, Locatelli, Goretzka. Schaue ich mir mal an. Körperkontakt 96. Verteidigungswerte. Solala. Köpfenabschluss natürlich stark. Flachpass, Dribbling. Ja, da ist er überall formschwankend. Jetzt nicht so prickelnde Karte, um ehrlich zu sein. Spielerfähigkeiten, Lufthoheit, Pässeabfang, direkter Pass. Kunstabschluss, Distanzschuss, steigender Schuss, Köpfen. Na, er ist natürlich eine gute Symbiose. Aus einem guten Verteidiger und auch einem guten Spieler, der nach vorne Akzente setzen kann. Ja, gefällt mir so Semi, muss ich sagen. Griezmann, Dallot, Soler, Ramiro. Und Ramos, gucken wir uns auf jeden Fall auch mal an, was der hier noch zu bieten hat. 96 Kopfball. Ja, da ist er natürlich noch überall gut. Auch in den Verteidigungswerten. Körperkontakt, Springen. Ja, sehr langsam mittlerweile. Seine Karte natürlich insofern interessant, als dass er natürlich auch als Rechtsverteidiger hier im Prinzip in gleicher Qualität helfen kann. Aber, ja, weiß ich nicht so ganz, ob das natürlich dann auch gerade mit den Geschwindigkeitswerten gegen Flügelspiele, die auf euch zulaufen, hier die richtige Taktik ist. Aber die Play of the Weeklist ist insgesamt, glaube ich, in Ordnung. Ähm, denke, das kann man schon so sagen. So, gibt es jetzt hier noch irgendetwas zu beachten? Ich denke nicht. Wir gucken auf jeden Fall noch in den Shop, ob wir da noch irgendwas übersehen haben. Wie gesagt, ich finde die Trikots echt cool. Mal was anderes. Dann noch die drei Karten von den Bayern mit Halloween-Akzent. Lasst uns mal schauen. Shop. Ob es hier jetzt vielleicht noch irgendwas Neues gibt? Vermutlich eher nicht. Das sind die alten Legenden-Karten, die man nach wie vor jeweils für 5000 Punkte kaufen kann. Hier gibt es auch nichts. Gegenstände brauchen wir gar nicht erst anfangen zu schauen. Ziele. Halloween. Ach so, das ist ja dann hier noch quasi im Prinzip dann noch neu eingespielt. Klar, die Kampagne hier ist ein kleiner Bonus. Hier, Neymar. Hab ich noch gar nicht weiter gespielt. Aber wie gesagt, der Halloween-Anstrich gefällt mir gut. Da sollten wir natürlich jetzt nicht Konami über den Klee loben. Aber schön, dass sie es wenigstens mal aufgreifen. Wie alle anderen Videospiele auf diesem Planeten. Ja, eigentlich auch in irgendeiner Form. Aber ich finde es gut. Mir gefallen die Trikots. Und damit soll es das gewesen sein. Leute, euch noch eine schöne Restwoche. Mir weiterhin eine gute Erholung. Ich, ja, ihr hört es an der Stimme. Und ja, will gar nicht jammern. Aber die Erkältungswelle rollt gerade über Deutschland. Ich kenne viele, die aktuell, denen es nicht besser als mir geht. Insofern euch natürlich auch allen gute Besserung. Und bis die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.